nein nein 1234567 in der schule wird geschrieben ja leute herzlich willkommen zurück zu little nightmares 2 wir kämpfen uns gerade durch die schule oder kämpfen halten wir schleichen uns durch die schule in der letzten folge ja aber gesehen wie es in der schule zu zugeht im pausenraum ganz normal und jetzt haben wir halt immer noch nicht befreit vielleicht geht das auch gar nicht mehr vielleicht war die nur ganz kurz bei uns irgendwie schon wir irgendwie okay finde ich vom gameplay her aber von der story her wäre es halt schon mies wenn wir die einfach jetzt ganz alleine lassen außer ich habe nämlich nightmares 1 noch nicht gespielt es kann sein dass dieses spiel vor allem ersten teil spielt und dass wir sozusagen jetzt die geschichte vom ersten teil eingeleitet haben indem wir 16 die schule gebracht haben ich weiß es nicht wie geht das in den ja soviel zu meinen theoretischen theorien okay was ist jetzt passiert habe ich jetzt irgendwas richtig oder falsch gemacht gleich wieder da tut mir leid Leute, ich komme gleich wieder das nervt das Handy die ganze Zeit so, gut, weiter geht's ich weiß es nicht, war das richtig mir kommt so vor, als hätte ich irgendwas vergessen da oben jetzt gehen wir noch mal hoch kurz denn der Haken ist zwar wahrscheinlich hier in Shortcut wieder nach unten damit man nicht stirbt aber irgendwas anderes wird man wohl auch noch tun können, oder? oder müssen nicht? nein, nein, nein ja, toll okay was passiert denn, wenn ich mit dem Haken runterfahre? weil ich komme ja nicht zu dem zu dem Button da die Tür geht wahrscheinlich nur auf wenn man hier Epp macht klingelt, oder was auch immer das sein soll nochmal rauf die Lehrerin haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen also nicht, dass ich sie vermissen wird aber man Leute, ich bin unkonzentriert schlecht so, jetzt versuchen wir es nochmal mit Konzentration dann lass doch das Glas jetzt lass das Glas Glas sein gut hier so rüber dann rauf lass doch mal die Gläser ganz ehrlich komm rauf tja jetzt sind wir hier ich brauche das Hirn ich brauche das Hirn ja, 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 ja klar ich muss das Hirn da ranwerfen, oder? ha, 100 Punkte nice ok oh die Lehrerin die Lehrerin die Lehrerin die Lehrerin Biologieunterricht ja heute stopfen wir Frische in ein Glas ja schön wo muss ich denn hin? kommt doch bestimmt zurück jetzt nicht echt ey nicht schieben jetzt ist die da ganz alleine? keine Schüler? das ist ein kreatives Hobby dann, ja oh, das ist einfach mal ein Fuß in einem Glas wieso nicht? was, was, was? alter 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 sensibel sensibel heute, ja oh oh, lang halt alter, alter, alter was ja ist gut ist gut ist gut leute leute was los was los macht alles kaputt ok ok jetzt lassen wir sie sich mal wieder beruhigen was ist da los? echt jetzt? ich raste aus ich raste aus so beruhig dich mal ist nicht gut für dein Herz alles kaputt jetzt jetzt macht der einfach ganz normal weiter oder wie? wie kommen wir da raus? ich muss da hoch ich muss über den Tisch rüber hüpfen ok ich hab's verstanden ach, komm doch geh doch weiß ich Minecraft spielen oder so jetzt packt sie rum alter ja, ok ok, aber ich hab's jetzt gesehen wie man man muss da irgendwie hinter den Gläsern also hier mal wahrscheinlich rauf dann entweder schleicht man sich direkt an hier vorbei ziemlich krass wäre ja, und dann läuft man dann läuft man und dann läuft man und dann ist das Glas im Weg hei, 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 hei Frau Lehrerin tun sie ihr Werk ich muss auch viel, viel geduldiger sein viel geduldiger wir müssen geduldig sein dann dauert es nicht mehr lang ansonsten machen wir das noch fünfmal Hilfe räumt ihr alles ab, ja kann ich auch das Glas das wär jetzt cool nee nee natürlich nicht alter geh rüber und mach dein Zeug Mann, jetzt hat sie nix mehr zu sitzieren jetzt zeichnet sie an die Wand oder was jetzt nervt's dann klack, dann klebt's dran so, jetzt bau das Herz ein brauchst du sich da länger was sind sie jetzt jetzt gehst du jetzt malen an die Wand geh in die Tafel malen so macht man's glaube ich schon richtig hier los schnell ach, die kann Tür benutzt ich, die kann Tür benutzt oh mein Gott gut gut ich darf nicht erwischt werden gar nicht ich lass mir richtig schön Zeit witzig wäre vielleicht hier das Organ wegzunehmen so so was so 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 Was machen die da? So, schon leise. Jetzt unter den Stuhl oder was auch immer. Kommt die gar nicht raus? Ach, da muss ich hoch. Okay. Geh rauf. Geh doch hoch. Geh hoch. Geh hoch. Geht der nicht hoch? Geh doch hoch. Komm. Komm. Warum nicht? Na jetzt. Okay, ich habe anscheinend falsch gedrückt. So, rein. Und weg von der alten Schachtel. Oh, die Lüftungsschächte. Hauen wir ab. Tschüss. Mann. Jetzt ein Kampfdings. Ja. Gerade wenn man es nicht mehr gewohnt ist. Aha. Ja, ja. Wir wiederholen diesen Fehler jetzt. Ist gut. Ich wollte ja nur das Ding nehmen. Bam. Jetzt kommst. Ja. Ich bin auch schlecht. Noch einer. Was? 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 Wieso nicht? Hat doch connected. Ich bin auch nicht mehr geblühtet. Au. Ja, Leute. Jetzt. Es läuft gerade gar nicht. Läuft. Es läuft nicht. So, hier hinten jetzt. Jetzt komm her. So. Ach, Mann. Wie? Was? Warum? Timing ist so schlecht. So, jetzt aber. Was ist das? Ich will jetzt einen Hut, eine Mütze. Irgendwas. Haben wir nämlich mit. Gibt bestimmt von hinten einer gleich. Nein. Mann. Mann. Das hast du bestimmt nicht gespeichert. Na doch. Gott sei Dank. Alter, echt. Dank. Ich bin froh, wenn ich hier weg bin. Nein. Ja, aber. Wieso macht der immer eine Pause, bevor er springt so? Es ist doch nicht so schwer. Es ist doch gar nicht so schwer. Ja. Jedes Mal mache ich den gleichen Fehler. Merkt ihr das? Merkt ihr das? Das ist ja da. Ja, 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 ja. So. Meinst. Es gibt's ja nicht. Leute, ich mach das nicht mit Absicht. Ich bin einfach so schlecht. Jetzt hab ich. Oh mein Gott. Das war's aber noch nicht. Wo ist da ein Loch? Wo steckt sich einer? Ah! Stopp! Stopp! La 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 la! So! Ihr Hässlichen. Ja gut, der hat's gespeichert. Ähm. Würde sagen. Damit verabschiede ich mich für heute. Wenn's euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schreibt in die Kommentare, was ihr besser gemacht hättet. Und ähm. Abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Dvia's refereng doch nicht weit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Dann geht's nicht gut. Vielen Dank.